Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Ja, das ist ganz spontan jetzt hier, weil ich möchte mich nur kurz dafür ein bisschen entschuldigen, dass hier auf dem YouTube-Kanal kaum noch was läuft. Auch wenn ich irgendwelche Videos aufgenommen habe, komme ich einfach nicht dazu, diese zu schneiden. Und das hat irgendwie so ein paar Gründe. Erstens geht es mit Gang Contrast ein bisschen schleppend voran, da muss ich noch ein bisschen was machen. Und zweitens habe ich noch eine kleine Ankündigung vorwegzunehmen, denn ich und ein Blood Games Team, nennen wir uns, wir haben ein altes Live-Server gemacht gehabt, wollen eine eigene AMA-3-Mod schreiben. Das heißt, ich bin für diese ganzen Scripting-Sachen zuständig und wie ihr schon vielleicht mitbekommen habt, bin ich hier ein bisschen im Programmieren eigentlich länger tätig. Und da habe ich jetzt gedacht, machen wir mal in der Richtung einen kleinen Stream auf Twitch. In Twitch habe ich verlinkt, in meinem YouTube-Kanal auch, aber da, wenn ihr mich sucht, einfach einen Gamer Tendo suchen, dann habt ihr mich gefunden. Ja, das Ganze geht halt ziemlich in die Zeit rein und deswegen ist einfach YouTube so zur Zeit echt wenig machbar. Und das nimmt einfach mal diesen Stream als Entschuldigung und eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal um 19 Uhr im Stream vorbeischeuen heute und schauen, was ich da denn für Unsinn mache. Ach nein, Quatsch, was ich da einfach überhaupt veranstalte. Ähm, das wird was Größeres, deswegen gehen wir mal von etwa drei Monaten Entwicklungszeit aus und zwei Monate sind es jetzt ungefähr noch. Und jetzt schauen wir einfach mal vorbei bei mir im Twitch-Kanal und dann können wir mal gucken, was ihr davon haltet, was ihr nicht davon haltet und, und, und. Und, weil Arma 3 habe ich noch nicht gestreamt, ich wollte eigentlich altes Live auf unserem Server machen, hat wohl nicht so funktioniert, weil als Atom ist es doch sehr, sehr stressig und die Zeit ist auch nicht gegeben gewesen, um hier überhaupt Videos oder Streams zu machen, machen zu können. Ähm, ja, das war eigentlich soweit alles, was ich sagen wollte, Mario Kart 8, den DLC habe ich eigentlich auch schon aufgenommen gehabt, ähm, den zweiten Teil. Ähm, habe ich noch nicht geschnitten, deswegen kommt es noch nicht. Ich hoffe, ich werde es denen dieses Wochenende noch schaffen, ähm, und dann, dass es am Montag auf YouTube verfügbar ist. Und dann, Super Smash Bros. fällt auch so langsam ein bisschen weg, ich habe es eigentlich auch zum Release starten wollen, aber es verschiebt sich jetzt alles. Und es kommen auch so viele Nintendo-Spiele jetzt in letzter Zeit raus, ähm, da können wir gar nicht mehr mitgucken. Hyrule Warriors wollte ich eigentlich auch noch weitermachen, wird auch noch beendet, das verspreche ich soweit schon mal. Aber, auch mit Watch Dogs weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt weitermache. Ähm, mir hat jetzt die Story gar nicht mehr so gefallen, die Motivation dazu fehlt mir auch. Und, ähm, ja, das Wichtigste ist jetzt einfach diese Mod und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und, wie ich schon sagte, schon zum dritten Mal oder vierten Mal sagte, schaut einfach beim Stream vorbei und dann könnt ihr mal gucken, was ich da veranstalte, wie das Ganze funktioniert und könnt auch noch ein bisschen was dabei lernen. Ich versuche ein bisschen was beizubringen und kann man sozusagen als kleine Programmiertutorial oder Lernsession ansehen, wobei SQF in der Sprache, in der Skriptsprache, die AMA 3 verwendet, ist jetzt nicht unbedingt als bestes Beispiel für eine Programmierung zu nehmen, da das einfach mit anderen Programmiersprachen kaum noch was zu tun hat. Aber, schaut einfach vorbei, ich, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, bin ich ein bisschen erkältet. Entschuldigt mich dafür, aber, weiter geht's trotzdem. Und, ja, das war's von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder nachher im Stream, im Chat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.